willkommen zu einem neuen video auf raflo sing out loud oder rafloy youtube und zwar spielen wir nämlich heute einmal lichter aus und zwar hatte die jetzt sich gerade mit kurz geändert ich mache jetzt noch mal rein also hier sieht es ja lichter aus team das match steht abgekürzt dort drauf ja und bevor wir das machen gehen wir jetzt noch mal einmal kurz durch mit den herausforderungen und was ich neu bekommen habe noch mal 1 dieser rote gesagt mit dem namen alarm wird sich so ähnlich an der sieht so ähnlich aus ziehen nur dass es jetzt eben hat weiß rot sieht ja auch wirklich so aus als ein alarm das ist ja so erkennt es ja alarm und jetzt zum beispiel jetzt so irgendwie feuer alarm ausgelöst wird oder jetzt so zum beispiel militär alarm also wer kennt es natürlich nicht ein rucksack alarm alarm wer kennt ja noch diese meme als er das noch gesagt hat das war lustig gewesen definitiv ja man kann ja auch noch eine epische waffe halten also macht die herausforderungen und halte diese epische wache frei und wenn ihr nicht wisst ihr könnt euch mit mir anfreunden als ich nehme noch maximal noch bis zu 100 freunde an danach nehme ich keine mehr an nämlich weil sonst das ganze spiel sonst packt also ich nehme sie nur eventuell an also ich nehme nicht nur leute mit so chinesischen namen an der grund dafür ist einfach dass das ding halt das jetzt nicht wegen namen ist sondern wegen der ganzen richtung also wie das so ist also die laden jetzt nämlich nicht unbedingt sein also das geht es nicht daran sondern einfach an den armen halt weil ich spreche leider kein chinesisch ich bin deutscher leider kein chineser ich bin halb italiener ja und hier gibt es natürlich auch im shop mal wieder ein paar neue sachen zu erhalten also wenn sie euch wirklich richtig und falls ihr nicht wusstet ich bin auch sogar selbst auch das ist auch richtig der panzer normal also fahrzeug natürlich sollte der panzer eigentlich raus aber ich finde die eigentlich nicht schlecht also und es gibt auch nämlich eine neue beziehung die kam erst vor ein paar tagen raus können sie euch ja und dann jetzt rock mit dem modus das sieht aber schön aus ruhig leise sein es gibt immer irgendwelche geister was ist das es gibt nachtsichtgerät das hätte ich nicht gedacht also nachtsichtgerät wo kommt der her man sieht die nicht und die dich ist ja immer nachts man kann ja auch nicht unbedingt sehen ja ok da konnte ich jetzt selber nichts machen kann ich endlich besser sehen jetzt ist wieder schon tag geworden statt nacht lichter aus wir gehen nach haus bimmel wammel rab bum 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 das hat auch so einen komischen effekt halt auch irgendwie ok jetzt war es ja mal wieder komplette hat sie gerade komplett durchgepackt lichter aus jetzt gehst du nach haus so wie es heißt ja wenn man lieb wahrscheinlich wurde es deswegen hinzugefügt aber diese modus ist recht geil finde es halt ein bisschen dumm dass man andere nicht sehen kann also wenn jetzt meine teams nichts machen können da weiß ich jetzt auch nicht was mit denen komplett falsch ist ja aber ich bin ja auch zufällig ich spiele jetzt nicht mit freunden oder so nicht schlecht sind schon die echten spieler der echte raflo ist wieder am start ja man hier ein double kill das war es ja mal wieder komplett erst mal so richtig stress bemerken die sehen nichts die sehen nicht die sind alle sind so afk okay bei zwei leuten kann ich nichts machen und besonders wenn es bei mir bugs ja lol kann man dazu sagen und jetzt mal stolperfalle hinlegen das ist aber das licht direkt ist zu op natürlich wenn ich jetzt gesehen aber das ist op das ist overpowered ich kann es unendlich lang halten ganz unendlich lang ich weiß nicht ob das ein glitsch ist oder so oder so ein bug oder hat den schon gekillt angriff der kann nichts sehen der kann nichts machen der kann nichts machen der kann nichts machen ehrlich das ist zu op ich bin ich bin das ist viel zu op dieses ding was ja auch nur modus aber das ist einfach viel zu op das ist die sache eben halt daran man hat mich gesehen aber dicker das ist einfach viel zu op das tag kommt dann einfach wieder nach sicht wo sind die denn bei mir kannst du gegen mich nicht so viel machen ja bis auf meine teammates ich weiß auch nicht was mit denen los ist aber ich bin ja auch sowieso zufällig ich gebe mein bestes ich versuche zumindest das meiste zu schaffen um das besser daraus zu machen aber dieses ding ist einfach nur viel zu op schaut mal ich habe das jetzt hier drauf gesetzt dort wo man jetzt nur dunkel sieht sehe ich jetzt auf einmal jetzt voll tag ich mache jetzt was mal weg hier jetzt ist wieder nachts und hier so kann ich jetzt auch nichts machen hier jetzt habe ich wieder nachts sicht jetzt habe ich wieder nachts sicht das ist nur noch mal ein beispiel von mir weil der hätte ich ihn jetzt aber das ist jetzt nur ein beispiel von mir ich mache es ja auch nicht umsonst aber das war ganz schön gut von mir schnell weg mit dem ok da ist mein teammate das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht so belastet aber jetzt schwitzen die erst jetzt schwitzen die ok das ist ja das blöd der nebel der nebel ist blöd der nebel ist blöd der ist richtig dumm also das ist richtig also der nebel ist voll der tut weh nebel nebelix ist wieder mal dort nebelix dort ist und wieder mal die blaue sicht verdeckt oder das ist aber nichts ja fahrt die löwe leute also kann man auch mal wieder vormachen ja schau mal die sind halt eben halt nicht gut da hat auch schlecht können auch sein dass wir mal dort sind es aber normalerweise normalerweise hätte ich viel besser erwartet aber ja so ist es eben halt ein COD mobile ist zufällig eben meine freunde spielen ist ja nicht also ja spiel ich ihm halt auf zufall aber ich wäre eigentlich gut insgesamt ich konnte jetzt halt nicht viel machen weil die eben halt nicht viel machen ihr kennt es ja die 31er halt eben wenn die eben halt nicht viel machen können oder halt eben halt was anderes falsch machen ja oder die eben halt angeben und sagen die wollen dich nicht killen oder die killen dich dann einfach doch aber ich hoffe es hat euch das video gefallen wenn ja dann lasst ein like und ein abo da dann lasst ein